Yo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zu einer weiteren Runde von Stick Fight The Game. Am heutigen Tag versuchen wir, so viele Runden wie möglich zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir gehen in die erste Runde. Und am heutigen Tag machen wir mal ein 2v2. Oh, der Beste in der Runde, der ist Level 8. Hä? Ich check das nicht. Oh. Nein! Wir sind tot. Zack, wir sind ja Mates, ne? Hä? Wo fliegen wir denn hin? Hä, wo bin ich? Hä, als ob. Irgendwie sind wir verreckt alle. Hä, wo, der ist nur noch allein. Hä? Okay. Oh. Ha, oben sind Waffen. Was mit dem? Au. Anscheinend sind wir doch nicht Mates. Aber ich hab ihn. Den einen. Jetzt kämpfe ich gegen ihn. Hä, ich häng da fest. Komm. Ja, ich bin ab. Okay, ich hab gut getroffen, ne? So, jetzt hab ich ein Schwert. Go. Ich hab gewonnen, oder? Nee. Lol. Da ist so ne Schlange. Als wenn. Ich hab gewonnen. Ja. Meine erste Runde. Also mein erster Sieg. Okay, neue Runde. Wir sind nur zu dritt, ne? Wow. Geil. Ich hab ne Waffe. One on one. Hä? Was will der denn jetzt? Ja. Oh. Okay, okay. Also die Runde ist auf jeden Fall schon mal besser als die letzte. Geil. Wieder gewonnen. Okay. Es geht los. Wir schlagen den erstmal zusammen. Ja. Wir fangen gut an. Oh, wir kassieren gut. Einer ist tot. Und ich bin auch tot. Warum? Wegen seinem Geist, oder was? Okay. Es geht los. Nein. Wir sind beide gestorben. Zack. Das sind Waffen, oder? Nee, da ist so ein Laser. Und auch Waffen. Okay, wir müssen die zusammenschlagen. Ich muss hier raus. Ich warte einfach, bis ihr geholt wird. Oh, die werden ja nicht geholt. Oder doch? Nee, der wird nicht geholt. Werde ich geholt? Oh, nein. Ich werde geholt. Bitte. Hol ihn zuerst. Nein. Ich werde sterben. Ja. Letzte Runde. Ich bin tot. Warum? Ich bin aber Platz 2. Der ist der Beste in der Runde. Und es geht los. Oh, oh. Das bewegt sich. Hä. Oh, ich bin einmal gegen die Stacheln gesprungen. Oh, oh, oh. Nein, nein. Ich bin tot. Zack. Feuer. Hä. Was schieße ich? Ich glaube, ich schieße Schlangen, oder? Lol. Hä. Wie geil. Oh, oh. Über mir. Ach, komm. Es geht los. Wow. Nein, ich bin der untere. Ich habe nach oben geschaut. Ey, das ist voll blöd. Und neue Runde. Neues Glück. Ich warte hier einfach. Ne, komm. Autsch, Autsch. Oh nein, Hälfte. Okay, ich bin hier durch. Au. Ich warte einfach. Der eine ist tot. Hä. Beste Taktik. Einfach warten. Nein, ich bin tot. Okay, ich fnab mir die Waffe. Schuss. Oh nein. Feuer doch. Habe ich gewonnen? Ich glaube, ja. Okay, es geht los. Lol. Wo bin ich? Ach, da. Hä. Hä. Hä, wer lebt denn noch alles? Lebe ich noch? Ne, ich glaube, ich lebe nicht mehr. Oh oh. Ja. Schieß. Er ist tot. Aber ich habe sehr wenig Leben. Oh nein. Der hat mich easy geholt. Okay, okay. Hier ist ein Messer. Ich gönne mir. Nein. Ich hole ihn mir. Ganz gut schaden. Zack, 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 zack. Oh. Ich bin hier drin. Ich häng hier fest. Alter. Schlangen. Die holen mich. Boah ey. Okay, die leben noch. Oh, hier ist auch eine. Auf. Alter. Stirbt der mal? Hallo, stirbt doch. Ja, toll. Und ich bin Level 1 geworden. Und ich würde sagen, noch ein Match geht. Der ist der Beste in der Runde. Der ist Level 29. Hä? Was? Wir sind diesmal rot. Gut. Okay. Hä? Nein. Ich wurde getroffen. Nein, der schießt. Ja, toll. Danke. Ah, er ist gestorben. Okay, wir sind alle unten anscheinend. Zack, 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 zack. Oh, oh. Zack. Angriff. Wir lassen die mal kämpfen. Und hoch. Zack. Einen habe ich. Den auch. Oh, oh. Okay, den holen wir uns auch. Oh, nein. Die Schlangen. Ja. Oh. Zack, 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 zack. Ich vermöbel ihn. Go. Ich habe ihn vermöbelt. Wow. Was war das für ein cooler Sprung? Oh, nein. Ha. Habe ich gewonnen? Ich glaube nicht. Okay, neue Runde. Go, go, go. Ja. Ich treffe auf jeden Fall geil. Ja, jetzt nicht mehr. Oh. Vermöbeln. Komm, ich vermöbel ihn. Zack. Ich vermöbel alle. Ja. Komm. Da, da. Zack, zack, zack. Ja. Oh. Wer hat gewonnen? Als ob der gewonnen hat. Okay. Ich rasiere ihn nicht. Ich bin tot. Ja, leider. Ich habe einen runtergeschlagen. Das war perfekt. Nein. Nein. Als ob der... Ach, ich dachte, mein Leben ist der Boden. Mann. Okay. Angriff. Wir sind nur zu dritt. Warum? Ist einer gelieft? Okay. Ha. Er ist da drin. Warnung. Oh, oh. Ein schwarzes Loch. Oh. Nein. Das zieht mich rein. Spring. Habe ich gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Das war geil. Okay. Zack. Oh. Eine Waffe. Schieß. Ja, ich habe einen. Oh, den hole ich mir auch. Den hole ich mir auch. Nee, ich habe mich geholt. Ach, nee. Und? Ich bin Platz zwei. Naja, damit würde ich sagen, dass das mit einer weiteren Runde von Stickfight the Game Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.